In der Partnerschaft mit K-ACTIVE durften wir das Gerät von Physiomate Deep Oscillation in Empfang nehmen. Aktuell behandle ich Carsten mit nach einer Sprunggelenksverletzung deutlich ein Hämatom mit dem neuen Physiomate. Das mir dabei hilft, die Gewebsuppe rauszudrücken, funktioniert das hervorragend. Das hilft mir, bei Wundheilungsphasen optimal den Spieler zu versorgen. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft!